Hallihallo, was geht ab? Ich bin die Psycho-Dino-Show. Hey, was geht ab? Ich bin die Psycho-Dino-Show. Ja, jetzt geht's los. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, was hier soll. Ich soll jetzt hier irgendeine Anmoderation oder sowas machen, ein bisschen was zeigen. Hier auf jeden Fall eine schöne Couch. Ich habe ein standesgemäßes Antlitz im Hintergrund, erglühen fern am Firmament, alles von den Freunden zusammengesucht, was es so gab und gucken wir mal, was passiert. Ja, also ich soll jetzt so tun, als würde ich einfach so etwas Persönliches in den Raum rein erzählen, ja? Ich habe mir überlegt, ich erzähle euch einfach mal so etwas total Persönliches, und zwar, wie ich heute hierher gekommen bin. Ich bin geflogen und das war für mich vor kurzem tatsächlich noch völlig unmöglich, weil ich ganz arge Flugangst habe. Aber ich bin dabei, mich da immer weiter ranzukämpfen. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall, ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass ein befreundeter Manager von mir, dessen Namen ich nicht nennen darf, weil er sonst in seinem Freundeskreis gehänselt wird, weil er da eigentlich immer Stärke und Macht demonstrieren muss, auch ganz arge Flugangst hat. Wir schicken uns immer so YouTube-Tutorials hin und her, wie man lernt zu fliegen und wie Flugzeuge funktionieren und der ganze Scheiß. Und auf jeden Fall hat er mir erzählt, dass wenn das Flugzeug in der Luft ist, also mal ganz oben auf Reisehöhe, alles am Arsch geht so, der Motor geht kaputt, die Flügen, ja okay, die Flügen müssen wahrscheinlich schon dranbleiben, aber halt alles am Arsch, dann verbann sich das Flugzeug in ein Segelflugzeug und kann auch Minimum 200 Kilometer weit segeln. Also heißt, 200 Kilometer vor Ziel ist eigentlich alles super und ja, dann fange ich auch mich an zu entspannen und dann ist alles cool. Aber eigentlich ist mir das jetzt gerade schon viel zu ernst, ich erzähle einfach noch einen dummen Witz. Ein Sarg liegt auf der Reeperbahn, aber der lässt sich nicht öffnen. Warum? Ein Zuheld, der liegt drin. Hey, was geht ab? Ich bin die Psycho-Dino-Show und heute sind wir wieder in Berlin. Musik und Action! Psycho! Was machst du mit dem Set? Verpiss dich aus dem Set, Psycho! Ich habe hier ein bisschen Gossip aufgeschnappt, aber ich frage mal direkt an der Quelle nach. Entschuldigung, jetzt mal kurz. Ich habe gehört, hier am Set sollen sexuelle Belästigungen vor sich gehen. Ja, die Tänzerinnen hier, die Mädchen, die ziehen mich ständig mit ihren Blicken aus. Das ist total nervig. Die Frauen hier sind wirklich sehr, sehr aufdrücklich. Ja, ich komme mir teilweise vor wie ein Stück Fleisch, wenn ich hier rumlaufe. Das ist echt total nervig. Ja, okay. Aber gut, dann pass mal auf und achte mal. Und wenn was ist, sagst du Bescheid. Ich bin der Tumis, die Tumis wären gern wie wir. Denn wir kommen auf deinen Stress und machen Party ohne Grund, yeah.